Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Heute, wie ihr uns schwer erkennen könnt, sind wir in BreakingFast. Hallo zusammen. So, ich habe gerade den Episode 1LP eingeladen und er sollte eigentlich jetzt auch eine Nachricht bekommen. Habe ich. Hast du. Ich sehe dich aber noch nicht. Achso, du bist wahrscheinlich die Charakterauswahl. Wo kann ich das? Warte mal. Ich bin Spieler 1 jetzt. Soll ich nochmal rausgehen? Wird du Spieler 1 sein? Ich bin Spieler 1. Ich bin lieber eine Tasse Kaffee. Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen habe ich die extra drin gelassen. Aber im Charakterauswahlmenü bist du nicht drin bei mir. Ich habe es angenommen und er geht direkt in so ein Charakterauswahlmenü, aber ich sehe nur mich dort. Was ja logisch ist, weil du deinen Charakter erstellen musst. Ja, aber da sind vier Auswahlmöglichkeiten. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du da auch schon drin bist. Da ist er! Ist ja doof. Wieso ist das doof, dass du da bist? Achso, fünf Sekunden. Oh. Okay. Ich habe allerdings noch nie gespielt. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Warte mal. Das ist springen? Oh. Wieso komme ich da nicht dran vorbei? Ah! Ach, ich kann rollen. Ah! Der Sack hat das bestimmt schon mal gespielt. Deswegen weiß der nämlich auch, ich habe eben geübt. Nein. Aber was... Wer sich jetzt übrigens wundert, warum das nicht mit irgendeiner superschönen Dudelmusik im Hintergrund ist, dem kann ich leider nur daran erinnern, dass wir keine lizenzrechtlichen Sachen hier machen. Also abspielen. Deswegen muss leider alles ohne Musik gemacht werden. Ich schon. Boah, hier kommt Toast raus. Ich spiele Musik ab. Nein! Nein! Oh! Ich dachte schon, der Toast macht mich kaputt oder so. Nein! Warum sehe ich dich nicht? Ist doch doof. Ach, ich kann das... Geil! Wow! Wow! Aua! Nein! Nein! Hä? Was? Nein, ich will da nicht drauflaufen. So. Jetzt aber. Boah! Dieser Blödmann, der ist schon so weit vorne. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt noch hinkomme. Hilfe! Ich bin gar nicht weit vorne. Ich sehe dich auf jeden Fall nicht mehr. Da bist du da! Da ist er! Ha! Nicht runterrutschen! Ach, Mensch. Noch 25 Sekunden! Werde ich's schaffen! Ich muss dieses Spiel gewinnen! Nein! Nein! Oh! Also das ist ganz klar dämlich, mit der Tastatur zu spielen. Irgendwie. Geh weg! Geh weg! Oh, wo bin ich denn? Hilfe! 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 Irgendwie gab's auch einen Turbo-Modus. Den hab ich noch nicht gefunden. Ja! Die Milch-Tüte ist auf Platz 1! Ich hab sogar zwei Errungenschaften freigeschaltet. Oh Gott! Mit ganz, ganz viel Distanzvorlauf. Distanzvorlauf! Aha! Ja! So. Ähm. Was mich jetzt mal interessieren würde. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auf schnelles Spiel gehe... Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Ähm. Ah, ne. Das ist dann wirklich nur eine anschließen. Das ist dann blöd. Okay. Dann, ähm. Nehm ich die Frühstück... Frühstücksflocken wollte ich grad sagen. Aber ich mag keine. Ne, ich bin wieder die Milch-Tüte. Die hat mir Glück gebracht beim letzten Mal. So. Das ist das. Und dann lade ich dich eben ein. So. Und wir warten auf den Episode 1 LP. Wird er's schaffen, die Einladung anzunehmen? Nuh-uh. Und los geht's! Ich kenn jetzt zumindest schon mal zwei Sachen, womit ich was machen kann. Und ich kenn schon mindestens eine Falle. Och. Ja, ich fang... Ey, das ist so besch... Ich muss die Tastatur umbelegen. W ist hier springen. Und nicht die, äh, wie es in jedem normalen Spiel ist, die Leertaste. Hm. Äh, das geht nicht. Hm. Hm. Oh, ja. Woah! Hilfe! Ah! Was ist das? Hilfe! Hm. Och ja... Ich hasse diese Löffel. Hm. Vor allem die springt nicht! Ja, ne, ich hasse sie aber auch. Hm. Nee. Kann ich aufhören. Ey! Lauf, du Sau, lauf! Aua! Aua! Bin fast getoastet worden! Pfff! 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 Ah! Ah! Okay. Also man kann auch boxen wohl. Ja, du kannst auch diese Power-Ups da einsammeln. Keine Ahnung. Aua! Ey! Hallo! Das ist nicht nett. Was ist denn das für eine Falle? Wieso soll das denn gehen? Nein! Nein! Ich komm nicht hier vorbei, ne? Ah! 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 Hast doch eh gewonnen. Verdient. Hm. 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 Hä? Ach so! Das ist ja Wettkampf! Scheiße! Wow! Was war das? Ja toll! Wieso bist du über dieses Ding rüber gekommen? Ja, das frag ich mich auch gerade. Ach so! Oder hat der die Bonus vielleicht noch da drin? Hallo! Wie geht das weiter? Was ist das denn? Hallo! Man springt auch nicht mehr! Hä? Was ist das? Scheiße! Nein! Nein! Keine Ahnung, was er jetzt hier macht. Nein! Nicht schon wieder diese Viecher! Nein! Geh weg! Geh weg! Da kann man drauf springen. Oh! Die sind ja mehr als nervig, ey! Jetzt hab ich so ein Spring... Ah! So ein Spring losgefunden! Wieso bist du da oben? Nein! Ich bin eine platte Milchtüte! Hehe! Nein! So bist du jetzt nach oben gekommen gerade? Weil ich auf dem Platz bin! den Karton hochgesprungen bin! Und irgendwie... Wo! Wo! Nein! Ich wollte dich abschießen! Scheiße! Hat nicht geklappt! Du bist doch weg! Aber ich hab dich nicht abschießen können! Was ist das?! Hier wird's ganz rot! Hilfe! Das war ich! Hä? Man kann gar nicht richtig gucken, hier so schnell laufen die. Nein, 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 nein! Oh, scheiße, geh weg! Jetzt zieht er hier aber doch bei mir vorbei! Rutsch schneller! Ja! So, er bewegt sich nicht mehr, ich dachte schon. Ja! Hm? Wieso hast du auch 5 Punkte? Schäm dich! Weil ich zweimal gewonnen hab? Ach ne, der ist ja nur einmal hier drin, glaub ich. Das ist doch für ein Ding, oder? Ich nehme an, das sind immer 3 Runden, aber ich weiß es nicht. Nein! Oh, diese scheiß Löffel sind hier schon wieder. Welche Löffel? Welche Löffel, weißt du? Eben noch am Beschweren. Oh, diese Löffel, ich hasse sie. Nein! Hallo! Mach das Toastbrot weg! Nein! Mach den Löffel weg! Pfff! Was denn jetzt? Alles! Mach alles weg! Oh nein! Nein! Du scheiß Löffel! Nein! Ich wollte dazwischen! Hey, ich kann... Ne, das kannst du nicht so spielen, ey. Ach komm, Junge! Was ist das hier immer? Was denn? Das ist das komische rote Zeug, was hier immer kommt. Ist von mir! Mach den Toast weg! Oh, scheiße! Nein! Da war ein Löffel! Die haben mich gecrashed! Ich weiß auch gar nicht, was das ist, was ich da mal einsammle, aber ich mach's trotzdem. Ich versuch's, sagen wir's mal so. Mensch, jetzt mach runter, ey! Mann! Nein! Ja, geil! Ach, Mann! Das ist doch gecheatet, ey! Das ist doch... Nein! Der hat mich wieder zurückgeworfen! Wieso krieg ich jetzt nur drei Punkte? Hä? Hat's nicht eben gesagt, ich hab fünf bekommen? Das sind die Gesamtpunkte. Ja. Wir hatten gerade noch Gleichstand. Da sind nur drei dazugekommen. Wenn du das Ganze gewonnen hast, hast du noch welche dazugekommen. Und zwar waren's drei Punkte jetzt. Und ich nur einen. Okay. Also ich hatte eben sechs Punkte, deswegen... Ja, das mit den Einladen ist irgendwie ein bisschen Glück gemacht mit Steam, finde ich. Ja, dass man nicht permanent da drin bleiben kann, irgendwie. Ja, das sowieso. Aber auch, dass du dann immer in Steam selber reinwechselst, musst du dann da die Leute einladen. Wieso kannst du das nicht einfach über das Spiel selber machen? Wie bei jedem anderen auch. Geil, erst stand er fünf Sekunden und dann ist er einfach reingegangen. Mann! Nein! Warum hab ich die Tastatur wirklich nicht umgelegt? Was war das? Ach komm! Ey! Was war das? Hallo! Was soll der Scheiß jetzt? Bin ich hier irgendeine Falle reingelaufen oder was? Da war doch gar nichts. Nein! Ich schimpfe dir diese Scheiß-Ameisen! Nein! Ich schimpfe dir diese Scheiß-Ameisen! Boah! Warum bist du so schnell? Nein! Nein! Geh da drüber! Geh da drüber! Nein! Ich schimpfe dir diese Scheiß-Ameisen! Nein! Ach komm! Na los, los, los! Jetzt rennt der da oben rum, der Sack! Nein! 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 Och, das ist nicht dein Ernst mit den Ameisen. Die hast du doch bestimmt geschickt. Ja, klar. Als wenn ich einen Ameisenhaufen schicken könnte, ne? Das ist ja auch kein Ameisenhaufen. Oh, warte, ich hole dich ein. Bleib stehen. Nein, jetzt rutsche ich da noch runter. Nein. Nein, die Ameisen haben nicht gebildet. Ach, nein. Nein! Hä, wieso bin ich jetzt in der Tonne? Ich bin in der Kiste gefangen. Was ist das denn? Was für eine Tonne? Ja, in dem Korb hier. Ich komme nicht raus. Ey, ist nicht teuer Ernst jetzt, ne? Och, nee, komm, ey. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Erstmal vor dir? Ja. Erst haben mich die scheiß Ameisen getötet, weil ich unten drin bin. Und dann bin ich in dem Korb gespawnt und konnte nicht mehr da raus. Wieso könnte ich die Ameisen töten? Wenn du rollst, dann können sie dich kriegen. Echt jetzt? Ja. Ganz echt. Lauf, du Sau. Der ist uns auf dem Fersen. Nein. Nein. Jetzt haben mich die Ameisen. Och, geh weg, geh weg. Oh, was ist das denn? Wie geil. Was war das denn gerade? Ich bin ja irgendwie mit dem Fallschirm gerade runtergeflogen. Komm, ich muss den Vorsprung aufholen, äh, aufwingsen. Hä, was für ein Vorsprung? Du bist weit weg von mir, ey. Ja, vor dir. Ja, sag ich ja. Also musst du gar nichts machen. Ach ja, komm, blöden Scheißameisen. Natürlich muss ich was machen. Ich muss den Vorsprung weiter ausbauen. Nein. Komm, 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 komm. Ja, geh da bloß nicht vorbei, ey. Mann, ey, diese blöden Klappdinger, ey. Alles ist hier immer offen, ey. Hallo. Oh, also wo die Ameisen ganz viel aufeinander sind, dann halten die dich aber ganz schön ab hier. Also dann drängen die dich richtig zurück. Jetzt geh doch da drunter her. Mann, ey. Oh, ja, lauf bloß nicht weiter. Oh. Informales, äh, internationales Frühstück. Richtig. Nicht schon wieder die Mixer. Die machen einen ganz blöd kaputt. Oh, ich drücke immer die scheiß falsche Tatte, ey. Nein, die haben ja wieder Löffel. Och, kotzt mich das an. Nein, nein, geh weg. Was ist das für eine Scheiße? Hier ist nirgendwo was gewesen. Was ist das immer für ein Mist? Immer nur dann, wenn ich vorne bin. Das ist echt beschiss ohnegleichen. Nein! Ach, kacke, jetzt hab ich hier. Ja, genau, rutscht da dann auch noch. Ey, erst bist du da im vollen Laufen, wirst du dann voll verlangsamt. Nein! 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 Och, alle drei zurück, ey. Ja, komm. Jetzt ist wieder diese scheiß Löffelkacke, ey. Echt, ey. Vor allen Dingen, rekt er, bis der auf die Tastatur geht, ne? Nein, ich bin runtergef- Sei froh. Da liegen nämlich direkt Löffel dahinter. Ja, und? Nein, wieso rollt der nicht? Warum geht der jetzt nach oben? Och, da kannst du draufdrücken, wie du willst. Ich bin die Gewinner-Tüte. Genau, ich sehe das gerade. Ich bin keine Kuh-Milch, Schatz, ne? Nee. Du bist eine Lila-Doch, du bist die Lila-Kuh. Ich bin die Lila-Soja-Milch. Es soll so viel heißen, bei uns sterben keine Kühe. Ja. Ich bin die Lila-Kuh. Vielen Dank.